Wozu dient eigentlich die Volkswirtschaftslehre? Die Volkswirtschaftslehre analysiert und erklärt wirtschaftliche Zusammenhänge auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, wie zum Beispiel die Entstehung und Verteilung von Einkommen oder das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf Märkten. Ein Beispiel ist die Analyse der Ursachen und Folgen der Finanzkrise von 2008, die durch übermäßige Kreditvergabe und Verbriefung von Hypothekenkrediten verursacht wurde. Um zukünftige Krisen zu vermeiden, wurden strengere Regulierungen für Banken und Finanzinstitute eingeführt und die Aufsichtsbehörden gestärkt. Folge uns für weiteren Content!